Hallo Eintracht Frankfurt Fans, hier findet ihr alle Transfer-News und weitere Informationen zu Eintracht Frankfurt. Also lasst ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Der Abschied von Gibril So aus Frankfurt rückt näher. Der 26-jährige Schweizer will die Eintracht verlassen und hat zwei konkrete Angebote vorliegen. Die Entscheidung zwischen Lazio und dem FC Sevilla ist nun offenbar gefallen. Der Abschied von Gibril So von Eintracht Frankfurt zum FC Sevilla steht kurz bevor. Wie Sport 1 berichtet, befand sich der Schweizer Nationalspieler am Mittwochnachmittag am Frankfurter Flughafen, um einen Flieger ins Trainingslager des FC Sevilla in San Francisco zu nehmen. Dort soll er zunächst den Medizincheck absolvieren. Als Ablöse steht nach HR-Informationen eine Summe von knapp unter 10 Millionen Euro im Raum, die durch Boni auf etwa 13 Millionen Euro anwachsen kann. Andererseits, die lange Suche von Daichi Kamada nach einem neuen Arbeitgeber hat ein Ende. Laut der Transferexperten Frisio Romano und Gianluca Daimazio steht der ehemalige Frankfurter vor einem Wechsel zu Lazio Rom. Kamada, der seinen Vertrag bei der Eintracht nicht verlängerte und aktuell vereinslos ist, soll sich Lazio bereits mündlich geeinigt haben und einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschreiben. Vorher sollen bereits Borussia Dortmund, Atletico Madrid, die AC Mailand und Benfica Lissabon an den Japaner interessiert gewesen sein, ein Transfer kam jedoch nie zustande. Acht Frankfurt-Fans, geben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Jederzeit komme ich wieder und bringe weitere Neuigkeiten von Eintracht Frankfurt.